Oh, nein, 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 ich will kein Eigentor machen. Ich bin so schlecht. Ich bin so ein Noob. Die aber auch. Die aber auch. Nein, nein, nein. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. I'm so sorry, Manu. I'm so sorry. Ich bin so schlecht heute. Schau, zurück, zurück, zurück. Jawohl. Tobi gekickt. Tobi gekillt. Nein, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Piep. Moin Leute, servus, guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. The Ultimative Krasser Boy T-Gamer. Wir zocken heute ganz random ein bisschen Rocket League. Ich habe die Einladung, 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 wahrscheinlich Einladung, oder? Anmoderation. Ein bisschen später angefangen, glaube ich, oder? So mit einem Match, so man kennt, also. Ich meine, Rocket League, ich bin Profi, so sieht man, so macht man das hier natürlich auf der Tage. Und ich bin Torwart, wir spielen mit Manu, by the way. Aber ich mache mit dem Duo, weil ich habe keinen Bock auf Random Mates. Deswegen kann ich kommen, deswegen muss ich nicht kommen. Alles klar, der macht das von selber, wegen Jungs. Er ist so ein bisschen Profi, ich bin halt so ein bisschen scheiße. Begrünscht. Sub on YouTube, der T-Gamer hat gewonnen. Die Gegner haben direkt aufgegeben, im ersten Match. Man kennt, so geht das. So macht man die Matches sozusagen, so gewinnt man das Zeug. Und, ja, das mit der Felsgemisch gerade noch ein bisschen kacke, aber... Gar kein Problem, hier ist das Match easy gewonnen, guys. Und, oh Gott, sorry Manu, ich habe dich jetzt hinweggeba... Nein, das wäre so gut gewesen. Jetzt habe ich, by the way, die Felsgemisch umplatziert darüber. Man verpasst... Oh, easy, ich habe mal lauer Baff den gemacht. FBI, ich hoffe da! Und, und, und... Oh, fuck. Titan Tobi, 20, Alter. Das ist nicht gut. Piep. Der Titan... Oh, Manu macht den Ultra-Kick, jawohl, Manuel. Woohoo, jawohl, Borgs, starke Leistung, Jungs. Jungs, 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 der nächste Ball, der nächste Ball ist... Das war aber von mir, du Dreckspieler, das Betrug, das Betrug. Ich habe den eigentlich zuerst berührt, das sieht man es jetzt. Aber anscheinend war es doch Manu. Ja, genau, 200 Stil hat er früher als ich. Genau, wahrscheinlich. Alles klar, Jungs, Jungs, Jungs. Nein, 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 ich will kein Eigentum machen. Ich bin so schlecht. Ich bin so ein Noob. Die aber auch, die aber auch. Nein, 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 ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich bin so dumm. I'm so sorry, Manu. I'm so sorry. Ich bin so schlecht heute. Ich springe, ich springe. Ja, was ist das? Jungs, Jungs, nein, 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 nein. Falsch, nein, nein, ich bin da, nein. Ich bin zu langsam, nein, sorry, sorry, sorry. Nein, Manu, 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 was sind das eigentlich komische Würfel da? Ist mir egal, nein, 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 nein. Geh weg, geh weg. Scheiße, scheiße, scheiße. Jawohl, okay, Ball ist wieder drüben. Der Ball hebt ab. Ihn. Es wirkt nicht, Jungs. Und by the way, beide den TTG Tag. Alle auf der Switch TTG in den Namen packen. Danke. Da, Titan Tobi, einfach mal rausgehauen, der blöde Furt. Was soll denn das? Was soll das? Du, blöder, ich will erstmal beleidigen. Piep. So, Boots. Und jetzt kommt Manu in die Mitte. Jetzt kommt Manu in die Mitte und dann... Juhu, das ist so geil, das Spiel, Alter. Bam. Tobi, Tobi, geh weg. Tobi. 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 Hallo da. Jawohl, Manu, Manu macht das. Er ist einfach so ein King. Weißt, er hat halt so 200 Stunden mehr als ich in dem Spiel. He, das war ein bisschen. So, nein, 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 Manu, Manu, rum. Jawohl, Manu. Piep. Äh, zack, wir geben ein bisschen Gas hier, dann macht Manu vielleicht jetzt den T-Move. Ich komm, ich komm. Ich treffe ihn nicht. Ich treffe ihn nicht. Ich bin so schlecht. Eh, nein. Oh Gott, ich bin so schlecht. Nein, jetzt haben sie ein Tor, jetzt kriegen sie es hin. Nein. Okay, scheiße. Nein, nein, nein. Jawohl. Jawohl, wilder Schuss. Nein, du blöder Tobi, Alter. Jawohl, zack. Bande, Bande, Bande. Hui. Du blöder Tobi, Alter, warum fließt. Schnell, zurück, 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 zurück. Jawohl. Tobi gekickt. Tobi gekillt. Okay, es hat ein Death. Ähm. Manu greift an. Okay. Ja, ist klar. Er ist dumm. Er ist dumm. Er ist dumm. Manu, mach's. Mach's, Manu. Nein. Nein. Manu, 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 Manu. Nein, alles auf. Ich hab das nicht drauf. Oh nein, oh nein, oh nein. Jawohl. Das ist so spannend. Oh Gott, ich bin dumm. Aber Manu ist auch dumm. Manu ist auch dumm. Das gibt's nicht. Nein, alles auf. Oh nein. Jungs, nächstes Match. Ich wird TTG Leute gegen TTV und BTV. Alles klar. Boots. Jawohl. Ich treff den Ballerbau überhaupt nie. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was war das, was war das? Holy shit. Holy shit, nein. Wieso waren die auch so schnell? Ich will auch mal ein geiles Ton im Video schaffen. Hm. Lost Boy, was soll das? Jetzt ist wieder... Manu da... Nein, jetzt schaffen sie's wieder. Okay, Bande. Und Lost Boy, schon wieder ab. Jetzt, jetzt. Nein. Nein, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Oh Gott. Jungs, wir machen einfach... Wir machen keine Tore, wir machen einfach nur Fails. Das gibt's nicht. Wie schlecht bin ich? Das war so ein Gratis-Tor. Und ich schaff's nicht. Okay, jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er wieder gut. Nope. Nein, das gibt's doch nicht. Das ist so unerklich. Jetzt, jetzt. Ich hab keine Wurst. Ich hab keine Wurst. Das Spiel macht mich fertig. Nein, 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 nein. Nein. Piep. Okay, okay. Manu, er hat im richtigen Winkel geschossen. Jawohl. Äh, jawohl. Manu. Jawohl. 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 Ich kick. Ich kick. Alles ab. Piep. Jetzt hätt ich einmal ein Tor machen können. Jetzt hätt ich auch... Oh mein Gott, es fliegt er schon wieder. Das gibt's doch nicht. Und ich treff den Ball nicht. Nein. Alter. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt fliegt er genauso rein. Das hält. Nein. Doch. Gott sei Dank. Du blöder. Jetzt machen die sogar noch ein Tor. Ich glaub's nicht. Jungs. Macht's ist gut, gell. Haut rein. Kein Bock mehr. Piep. Jungs. Letzte Runde. Jetzt will ich einen Win. Ich hab den Winkel abgewehrt. Yes. Oh nein. Oh nein. Jetzt, ja. Man muss ein bisschen springen, damit man den perfekten Punkt kriegt. Damit der auch ein bisschen, äh, hier gibt. Gras gibt. Jetzt mach ich so. Nein. Das war ein Millimeter. Ich hab das, das Trefft mal noch nicht. Komm, ein geiles Tor. Ein geiles Tor. Diesmal hätte ich den Torschuss, ne? Diesmal hätte ich den Torschuss. Ich treff ihn schon wieder nicht. Nein, 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 nein. 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 Oh. 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 Jungs. Jungs. Nein, das wollte ich doch nicht. Oh. Hab ich ihn? Oh. Ich hab gar nichts gesehen. Ich hab gar nichts gesehen. Ich bin random gesprungen. Ich will halt die Gegner auch immer zerstören, aber es funktioniert nicht, wenn die auch immer Boost haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war wild. Nein, das war Manu. Ich hab da, das war ich. Nein. Oh mein Gott, das war wild. Jungs, das war wild. Komm schon. Wir gewinnen 1 zu 0, bitte. Wie Dortmund und Bayern, glaub ich, gestern. Piep. Ha ha ha. Digga, meine Rollen, die versaufen. Nein, 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 nein. Okay, Manu, ich zurück. Jawohl. 4, 3. Easy. Easy. Komm. Jawohl. 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 Ich hab nichts gemacht. Alles gut. Wichtig, Jungs. Wichtig. Geil, Alter. Gut, dann würde ich sagen, war's mit der Aufnahme, die ist jetzt 26 Minuten, tatsächlich. Ähm, wenn ihr mehr von Rocket League wollt, könnt ihr mal ein Like da lassen und so in Kommentare schreiben. Und dann seh ich mich auch nicht im nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Lasst mich nicht, dass ihr gefallen habt. Das war ein random Video. Und ja, hau rein. Dann Digga, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.